Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Little Nightmares 2 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Nein, brauchst du nicht, die Tür ist weit genug auf. Das hier ist ein Mörder aus und da hat der Mörder Spuren hinterlassen. Vermutlich ist das sein Kacklo hier. Vermutlich ist das ein weiterer Schuppen. Das ist auch der Typ... Oh man. Nein, 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 nein. Wir müssen diese Kiste schieben, würde ich sagen. Na gut, müsste aber eigentlich gehen. Ja, das Geräusch gefällt mir nicht. Können wir hier irgendwo anders lang gehen? Uh-oh. Uh-oh. Gleich knarrt ein Brett. Oh, der hat mich gewischt. Ich war zu langsam. Oh. Scheiße. Ich darf verstecken. Mein Klöppel, ich rutsch gleich runter. Ah, Mist. Ich bin runtergerutscht. Oh. Oh. Der ist so hübsch. Und jetzt? Äh. Äh. Mann, nix mit Schweißfinger hier. Schön im hohen Gras bleiben. Scheiße. Oh, ich glaub, in das Loch, da müssen wir Ja, der sieht uns nicht Es läuft nicht! Ach, scheiße! Ach, ich hab ja auch die Duke-Taste gedrückt, vor lauter Verzweiflung Ich hätte da, wir hätten da rein gemusst Oh, oh, oh! Sie haben wieder losgelassen Ich hab wieder die falsche Taste gedrückt Ah, ich bin schon mal drin Ich hätte schleichen müssen wahrscheinlich Gleich kommt der Vogel Ja gut, gucken kann er nicht Ich glaub, der sieht uns nicht da drin, ne? Ich werd mal hier bis an die äußerste Kante gehen Hier ist das Gras auch ein bisschen höher Mal gucken, was passiert Sag doch, der sieht uns nicht Kann ich hier irgendwas machen? Er ist weitergegangen, das bedeutet nichts Gutes Vielleicht weiß der, wo der Bau endet Böser Mensch Oder was immer das ist Ich trinke erstmal was Prost Ah, so ist gut Ich Jetzt ist guter Rad teuer. Da ist nicht einfach mit runter. Genau. Nochmal probieren. Kann man hier, hier kann man was machen. Hier, hier, hier. Ah, alles klar. Cool. Äh, hier. Jawohl. Komm. Äh, nö, komm. Nicht. Will nicht. Da ist ein Helm drin. Den will ich. Das ist mein Helm. Ah, da hält er sich nicht fest. Ich will den Helm. Ich will. Kann man irgendwie. Ich muss mich ja festhalten. So. So. Ich kann hier nur hochklettern. Hier kann ich nix machen, ne? Ich gehe jetzt nicht weiter. Ich will diesen Helm. Oh, ich bin da. Ich hätte von vorne springen müssen. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ne. Da geht nix. Wie kommt man da ran? Was werfen? Finde ich hier irgendwas, was ich mitnehme? Tragen? Der ist da hinten. Jetzt habe ich den getriggert. Nun geh doch hoch. Scheiße. Der ist aber da hinten irgendwo. Ich will den Helm. Das muss gehen. Was mache ich denn? Habe ich da? Irgendwo fehlt mir. Irgendwo sehe ich was nicht. Hier geht er aber nur rauf. Kann ich den Stein hier nehmen? Ah, den kriege ich ja da nie hoch. Guck mal, da ist der Käfig zu. Das sieht für mich aus, als ob da eine Tür ist. Ja, der kommt aber nicht mit. Der speichert hier auch, aha. Nee, da oben komme ich nicht ran. Ich habe jetzt gedacht, wenn es mir gelingt. Ja, ich nehme zu spät Anlauf. Ich will den Helm. Ich gehe da nicht hin. Das kannst du vergessen. Du sagst, komm nicht zu dir. Na, was ist denn das jetzt hier? Warum kann ich denn hier nicht lang gehen? So, hier geht es nicht weiter. Kann ich mich hier unten drunter stellen oder so? Macht der denn hier irgendwas? Oder sie? Sie geht genau da hin. Sie guckt aber auch immer zu dem Helm, ne? Hm. Ah, den gibt es keinen Helm. Oh, ach scheiße. So. So. Er speichert. Ich sollte vielleicht da lang gehen. Weil hier Rasen ist. Oder Gras. Da drüben ist er. So, wir müssen nochmal die Lage sondieren. Hier ist kein hohes Gras. Da ist wieder so ein scheiß Kackvogel. Nette, kleiner Mann! Lass los! Los, los, los. Nein, nein. Aha. Wir hätten vielleicht mitgehen sollen. Ist dieser Mensch eklig. Ja, das geht. Okay. Jetzt mal genau begutachten. Ah, scheiße. Er hat mich gesehen. Gut. Wir warten, bis er wieder hierher geguckt hat. Hä? Oh, ich rutsche wieder runter. Schnell, 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 schnell. Da ist ein Herz. Mein Freund ist weg. Er ist bei mir. Ich kann hier nicht rauf. Ich kann hier nicht. Ich dachte, wir können jetzt hier rauf. Die hängen jetzt hier im Sumpf fest. Ach, jetzt geht's mit einmal, Arschloch. Was macht der denn? Warum klettert er denn nicht höher? Was ist denn hier los? Mehr wie ihn nach oben drücken kann ich nicht. Komm, geteiltes Leid ist halbes Leid. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Haben sie, sie haben wieder losgelassen, ne? Sie sind nicht zusammen, ja. Oh. Das wird jetzt interessant. Ah, ich hab wieder, ich hab wieder, ich hab wieder falsch gedrückt. Gut. Aber eigentlich hab ich Lauftaste gedrückt. Die ist so klein. Ah, ich hab mich verlaufen. Gut. Na nun mach. Er steht nicht auf. Gott sei Dank. War das aufreibend. Irgendeine Presto-Coretta-Errungenschaft freigeschalten. Jetzt muss ich mich erstmal erobern. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.